Ja Leute, willkommen zu einem weiteren Let's Play Projekt von mir, Joke.jp Und ja, dieses Mal spiele ich Kbar's Dangerous Hunts 2013, also 2013, bla Und ja, wie ich darauf gekommen bin Ich habe irgendwie nach Jägerspielen gesucht oder so, habe schon einige durchgehabt und habe das mehr angeguckt Und naja, es kommt von Activision Und es sieht ein bisschen aus wie Call of Duty, nur mit Tieren und Naja Ich habe es noch nicht gespielt, keine Ahnung, wie das, was da, um was es da richtig geht und so Was wir uns sagen und ja, wollen wir es mal anspielen hier Start New Game Also anscheinend gibt es ja auch, ähm, ja, eine Kampagne Was ich bis jetzt in keinem so ein Jagdspiel gesehen habe Wenn man das noch Jagdspiel nennen kann, ich weiß es nicht Ich habe nur kurz mal irgendwas gesehen, eine Szene, wo man wahllos irgendwelche Was war denn, dass Berglösen auch geschossen hat? Ich weiß nicht Ich zeig's euch einfach mal, was man hier so macht in dem Spiel Machen wir mal schauen So, dann lese ich jetzt bitte mal Das ist ja nur in Englisch Passt schon, ist eigentlich nicht wichtig, dass da das steht Ich zeig's ja so gerade den Mod hier Also auf welchem Rang man startet, naja Irgendeinen Mod, den wir gerade nicht spielen, sondern Kampagne Und jetzt Alter, hab ich nicht mehr gelten, das Ding Das läuft mit einer Art Call of Duty, mit der Call of Duty Engine Und das Ding hier lädt länger als jedes andere Spiel Killer Instinct Oh, okay Okay, da haben wir jetzt ein Elch, was nicht von Reh gesehen, oder? Das ist schon ein Reh Ah, ne, ein Elch kann das ja gar nicht sein Die sind viel größer Okay, die Grafik, die begeistert mich jetzt nicht so Okay, right mouse to use the scope Alter, geht es Okay, wen soll ich davon jetzt was machen? Ach so, das nimmt er noch an, okay Also, ihr habt gerade gesehen, da sieht man die verschiedenen Organe Ja, wahrscheinlich gibt es noch mehr Punkte dafür, wenn man zum Beispiel, wer es nicht hier trifft, oder was es nicht hier trifft Oder was es nicht hier trifft Now, breathe again You got it, Jacob You're ready? Okay, wer heißt, Jacob Ja, die Berge sind ja wunderschön Echlicher Ah, unkladen wir unser Standardjagdgewehr Okay, das ist ja doch kein Rehgif, äh, kein normales Rehgif, äh, kein normales Rehgif, männlicher Bulle Okay, braucht man nicht viel Übung, dass das Ding trifft locker Ich dachte, es ist ja ein bisschen anschaub soll Wenigstens ein bisschen Aber wir wollen nicht so viel meckern, ein bisschen weiter spielen hier Ja, Activision habt ihr es ja gesehen Come on, Stage Results, 2013 Oh, Dangerous Hunters Ein wenig, ein paar Monate später Oder wenigen Monate später Ja, die Cutscenes, ähm Boah Könnten besser sein, also Dann sahen aber andere Spiele besser aus, da gab's, ähm Ein Jagdspiel? Das ist, glaub ich, äh So ein bisschen hat das mit ein bisschen online-isch das so verbunden Und sich dann auch verschiedene Waffen kaufen Und das sieht viel, viel besser aus Fast schon Far Cry-mäßig so Ja, ich würd's nochmal mal unten verlinken Dann könnt ihr euch das dann sehen, falls ihr euch das besser behaft Aber ich kann's nur empfehlen Nur weil es geht grad den Namen nicht mehr Irgendwas mit Hunter oder so Auf jeden Fall, ja Ja, von dem linken die Frisur, jawohl, Bobbycar Frisur, perfekt Ah, das ist dein Vater, okay Ja, was war das jetzt? Ja, was war das? Wohin denn? Zurück? Da habt ihr auch Dankeschön Alter, Alter Was ist jetzt los? Alter Und ich hab mich... Ah, Alter, ich hör mal aufs Rollen, echt ein bisschen erschrocken gerade eben So, jetzt geht Bobbycar So, jetzt geht Bobbycar Da kommt er schon Boah, der ist aggressiv Ich bin Tarn, ich bin ein paar Ästen drauf Okay Okay Hat das ein Highlight auf Pickups Okay On it, Dad Was war das jetzt? Wollt ihr mich verarschen, Mann? Ja, ja, wohl Was war das jetzt so ein Leck? Ah, es hat irgendwas geladen Weide und irgendwas anderes haben wir bekommen Die Moni-Normane Aber wieder ein Wolf Ich hab... Habt ihr... Ja Schön Der Wolf, der D-Spawn einfach Okay Uh oh What is it? Wolves Keep calm, Jacob And don't run The only way to survive the hunt is to Stand your ground That's exactly right Make your stand And shoot Hmm The pack will scatter if you take down the airf Okay, die werden sich verstreuen Die werden angeschaut wenn ich den erschieße Okay If not, or if the pack gets too close Finger will attack Okay, wenn sie danach ankommen Oder ich den erschieße, greifen sie an Toll Auf geht's Auf geht's Bratz Bratz So jetzt auch mal Mal erfahren darf Ja, okay Ähm Ich weiß nicht Also Ein Schwarzbär ist natürlich nicht Ich dachte Dann schickt nochmal der Braunbär oder so Aha Knochen sammeln 39 Stück Ich klein Ich klein Ich klein Ich klein Ich klein Ich klein Wir haben Rang 2 erreicht Ich sehnd irgendwas Kein Ausfall Aber okay Ich dracke ihn bei E Da Nein. Hm. Wenigstens bewegen sich die Bäume... Naja, machen wir. Anschauen. Jawoll! Ich glaub der Vater ist ein bisschen... ...hatte keine Ahnung wie man sich gegen Bären wehrt. Ach, der Bär geht... Hm? Wer ist denn jetzt verletzt? Ja. Der Bär hat ihn am Arsch gegrapscht. Gut. Äh... Hä? Wieso sind wir jetzt auf einmal in Afrika? Was geht denn jetzt ab? Sandstürme? Blablabla. Wir sollen die Hunters Ei... äh... Risiken aufsammeln... Schiff zum... Luft anhalten... Okay. Ja, das war auch langweilig. Besser kann man das nicht aussehen. Besser kann man das nicht aussehen. Es ist ein bisschen mehr Platz zu hunten, als er jünger war. Er stirbt, bevor sie ihn wieder öffnen. Ich bin mehrere Mal. Die erste Mal mit meinem Bruder, doch. Ja, er ist gestern gekommen. Ja, er ist gestern gekommen. Ja, er ist gestern gekommen. Ja, zehn Jahre später. Ja, das stimmt. Ja, wir sind jetzt in Uganda. Gut. Gut für Hunters. Gut für Tiere. Gut für Tiere. Und sehr gut für Ed O'Korre. Oh, 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 oh. Ich habe einen guten Gefühl, Jacob. Ich denke, das wird ein sehr spezielles Hunt für dich und dein Bruder. Sehr sicher. Ich habe kein gutes Gefühl über Uganda. Und dann möchte ich nicht sein. Jawoll. Cutten, der bitte. Hold on. Ja, sicherlich. Ich dachte, sie greifen uns an. Ich dachte, sie greifen uns an. Ah, deswegen. Ja, ich glaube, wir sollten schnell weg. Ja, eine Stampede. Da möchte ich nicht drin sein. Ich weiß, ihr wisst, was das ist. WTF bin ich bescheuert, ey. Ja. Wie zieht man bitte hier, ey. Ja. Pisch. Alter. Krass. Hm. Hm. Das kommt mir ein bisschen vor wie, ähm, House of the Dead. Das ist nicht so. Ja. Und jetzt kommt gleich ein riesiger Elefant. Und gleich... Öffnen uns rauf an. Ja. Oh. Oh. Ich hab gestorben. Fuck, ey. Das ist knapp. So. Weiter geht's wieder. Oh, Nasson! Ach, du Scheiße! Ja. Ja. So. Jawoll. Wenn jede Jagd oder Safari so abgeben würde, ey. Fack. Voll auf wie fresse. Komm, schmoll, Junge. Ich hab doch gesagt, dass der Elefanten kommen. Was hab ich gesagt? Oh, man. Ihr verrückten Viecher. Ja, genau. Geht das wirklich? Du, das wirkt das hier von Baum zu Baum zu Baum zu Baum? Hä? Okay. Also Vögel kann man auch abschießen. Oh, ja. Es gibt sogar Punkte. Gut. Aber ich hab mich auf das Spiel eingelassen, also werde ich daran nicht rumgekommen. WTF? Seofarzen! Waaah! Geh weg. Geh, gehn, 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 meau, meau. Es war ein Kittekart, nicht mich. Boah. Hätt ja. Gut, und ich dachte, es wäre eine Shotgun. Dabei ist sie an Jagdmierung. Da schießt ich sie ab. Gut, aber ich bin der Zug. Hier. Ich bin der Zug. Ich bin der Zug. Hey! Hätt ich Hemd. Hätt ich Hemd. Ich hab mir den Kopf VITAL SHAPT Endangerous Hunters 13 Scheißen wir auch Die Natur gesetzt auf alle Alle rechte Tiere oder was ziehen Alles ab Alles abschießen Alles abschießen Alles abschießen Du ist auch weg So Ich mag nicht Ich mag nicht Hey Oh ich mag euch auch Ich mag euch auch nicht Ich schieß Wollte grad sagen ich schieß keine Elefanten ab matin Ich schieß auf kein Elefanten ab Ich schieß auf keine Elefanten ab Wunderschön Der ausgetrocknete Fluss Please hold the line, loading forever Oh man So mal ein bisschen Muskelatur die Rücken Alles so ein bisschen auslockern Lockern Auslockern Muskelatur muss hinterbleiben So Jetzt muss ich dich, dass du lädst Lade endlich, man Jetzt geht's mir nicht auf den Sack Schaut auf den Kreis, ihr werdet langsam müde Okay, geh schon weg Wie konnte ich das überleben? Der ist noch nicht rausgesprungen Ja Ich spreche schon fast wie so'n Terminator An der Schwarzen EGF, versteht's Okay Okay, Terminator Trägt's aber nicht aus hier Jetzt haben wir hier Desert Eagle Und wenig Life Schön Hä? Ah, Hunter's Eye Heißt Zeig uns den Weg Wohin müssen Okay Hä? Oh man Ich höre jetzt immer auf Esel drücken Das heißt Ich höre jetzt immer auf Esel drücken Das heißt Schat pfff AAAAAA Ich wollte ja ausweichen Näääää Äflit Ich bin so eine Athletin Ich bin nicht von mir ausgeliefert. Jojo, Riesenpüffel. Büffel des Todes. Wie soll ich mit nem Büffel an? Bin ich verrückt? Hatscha. Runter verschwindet in nichts. Kam bestimmt aus Silent Hill. Ich muss echt sagen, die Grafik ist unter aller Kanonen. Von Activision gemacht? Oder nur gepublished? Bohnen-Texturen gehen, aber sonst... Guckt euch mal die Halme an, ey. Weiß ich da gar nicht. Texturen an dem Holz. Oh, Alter, so müssen Texturen sein. 2012. 2013. 2012, whatever. Kam ja 2012 raus. Darum müssen sie ja sein. Okay, Ausrufezeichen. Das zeigt uns, dass da Jäger in der Nähe sind. Killer Instinct. Alter. Ach, das zeigt uns an, wo wir hinschießen können. Was will ich denn, du Mist hier, Bruder? Ich weiss nicht immer aus. Alter, here end. Pick up. Was ist jetzt los? Da kommt wieder die Musik. Ich seh gar nichts. Oh. Ich drück doch auf. Hä? Oh, immer dieses ewige Rollen, ey. Jetzt haben wir es schön gemacht, diese Sonne, die untergeht. Schöne Sonnenuntergang. Und währenddessen, die Jäger schlachten, die uns nichts getan haben. Ja. Das ist Dangerous Hunts. Super, ja. Jees. Ja. Ich weuchte dir aus. Das zeigt mir auf V nichts an. 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 Marksman. Wenn ich gesagt, in dem Haus wäre ein Rifle gewesen. Ein Gebirge. Okay. Was ist das? Wir gehen. Oh, Alter. Riesesvieh, du. Ach, man kann die Kugeln sehen. Mein Auge. So schnell, ich kann alles sehen. Ich kann sogar sehen, wie jemand mit Lichtgeschwindigkeit und Hausarbeit geht. Ah, ja klar. Was willst du? Ruhe, es ist ruhig. Ist das klar? Wie ist das klar? Ich hab gesagt, jetzt ist Ruhe. Und das war's. Ich hab' ich. Ich hab' ich. Ich hab' ich. Ich hab' ich. Und jetzt. Ich geh' runter in den Keller. Ich hab' ich. 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 Ich hab' ich malen können. Ich hab' ihn dabei in dem Moment. Ah. Wie kann's ausprobetechnen. Kann ich ja Stau benutzen Ja jetzt steht nichts dran Jawoll Für am besten wäre ich die ganze Armee von der IGN Sind 5000 Stück die uns alle töten wollen Komplette Art von All die IGN sind in der Einmord Ok Er zu wisch Einfach schön die Shotgun Dann geht alles Ja das war jetzt eine Affe, keine Ahnung oder? Hey du warst doch eine Affe oder? Wo geht sie raus? Wo geht sie raus? Hm Ich bin nur dauernd für Jens Irgendwelches knurren und heulen aber sonst geht ihr gar nichts Ach wir sind Ok My Shotgun Bitch Jawoll was willst du eigentlich von mir? Ja gar nicht gut Oh Schnell umdrehen Schnell umdrehen Schnell schiefer So wie ist das Spiel hier? Machen wir doch Eww Warte 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 Was krass ich dachte hier geht es nicht ab aber es gibt die Mastigtiere die nur hier sind die nur hier sind die nur hier sind die spieße da sozusagen mit Marx mentale oh ja schon wieder ne die Ende des Todes so, nein oh man, falsche Taste falsche Taste so so jetzt verpisst euch die Jungen wenn du wisst was gut für euch ist Jungs stellen wir die Brücke ja das Ding ist laut ja schon wieder nicht ok ok die Kugel hat eben hier nichts gemacht ja wahrscheinlich die Kugel sichere Wäsche an oder nicht jawohl hier hat man habe ich gerade einen Rhinoceros gesehen wow ja ja ich meine das ist die D-Shirt schnell neu jesss jawohl was war denn das für ein Bug eigentlich sollten die mich rammen stattdessen die sollen mich rein mit mir kuscheln jesss 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 ähn ja wie kann man denn her wir können nicht drüber ok super ja und jetzt Ah, hier könnte es lang gehen, der Ausdäck ist wieder in den Klang Jawohl, da schreit die Oster aus Warum? Ja, guck dich den Ausdruck an Luke, rette dich selbst, breche mich Hm, armes Tier Ich kann nicht mehr drauf Scheiß, ach, vergiss es Es verbietet mir das Spiel Also kann doch nicht alles ausschießen Ach ja, wo ist denn der Bossgegner? Rhino over there Ok, hallo Uah 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 Oh Uah Drexie Ah, ich vergiss immer, ich drücke immer die falsche Taste, ey. Was drehe ich das hier überhaupt? Ja, jetzt hau es ab, jawohl. Oh, das war knapp, habt ihr es gesehen? Oh, wärmend im Nachhinein. Krass. Hm. Er springt von einer Kulisse in die nächste. Das soll eine Kampagne sein. Hm. Ah, ja. Gnade. Nur. Ja, jetzt sind wir bei einem Lauschen. Sie sind ja immer noch in den gleichen Gegend. Und ich dachte, sie kämpfen. Ich weiß nicht, wo wir alle deine Trophäe legen. Das ist, warum wir hier sind. Ich versuche, um zu halten. Es ist ein guter Tag, um zu holen. Es ist immer ein guter Tag, um zu holen. Es ist immer wieder eine Vergangenheit. Zehn Jahre zuvor. Jetzt müssen wir mit meinem Bruder ja eingehen. With that. Die Vögel schicken die Vögel ein bisschen authentisch aus. Aber nur ein bisschen. Aber ein Jagdspiel ist definitiv keines mehr. Jakob! Jakob, hol Banz! Scheraten! Einen Shooter! Einen Animal Shooter! Ja los, wir müssen die feindliche Basis der... der... Hirsche, Elche, whatever hier... jetzt infiltrieren Ah ja! Ok, ich sag seinem Fischer Bescheid dass wir angreifen, ok? Ich schalte hier den MG Schützen aus Ok Der MG Schütze, den seh ich von hier Oh, ich glaub drüben Ok So, kann ich den MG Schützen jetzt erschießen? Hm? Darf ich den jetzt erschießen? Ok... Alter! 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 Oh, hab ich mich verschraubt Alter! Supervögel erschreckt mich mehr als alles andere, ey! Was geht denn ab? Mein Herzrass für mich, ey! Krass! Ok, ist doch, ey! Was? Ich soll den Rechten nehmen? Fuck, den Scheiß Ok, das hat sich nicht aufgeschreckt Ja, definitiv kann die Aktion Ja, super! Hm 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 Ich bin stolz von dir Grab die Gere, und wir werden mit deinen Elken Auf Auf Wir beginnen mit deinem Elken und zurück in die Kabin Hunde Es war ein Moos Es war ein Moos da da vorhin Wollen Sie versuchen ihn zu tracken? Und nur erinnern Respekt dein Geist Der Moos sind ja nicht die Elfen 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 Das sind dann die Ohne die Großen Hörner eher die Ich hab sie Es rennt weg Scheiße Ey Dieses Rollen Ich vergesse immer dass es noch Schicht ist Ok, der ist so weit weg Ah, krass Ok Naja, ich hatte keine Elke erschießen, aber Ah ja, das ist ja Hey Mann Es gibt insgesamt nur 39 Ok, das ist ein relativ kleines Spiel Ok Ah, ok Ah, wow Totalent Wir sprengen hier Ah, ja Ich schieße die Vögel mal ab, ey Jetzt reicht es langsam mal Ja, ja Ich hab's mit Ja Komm Daddy ist kommin He ist kommin He ist kommin für dich Fasche Oh, nein Ich bin echt Oh Hast du ihn seine Hörner gesehen? Hast du ihn passiert, wäre er an mich rangekommen? Der hätte mich aufgespießt, förmlich Ich hätte mich dann weggeschleudert, das wäre ich eine kleine Puppe, eigentlich. Das wäre echt nichts. So. Was war das? Was wurde das? Wölfe, die was Blut riechen von dem Elch? Oh ja, okay. Ich weiß nicht, wie ein Elch ist gegangen. Warum geht bitte alleine jagen? Hallo? Also, wenn ich dich schon zu dreht sind? Weil er sich was beweisen möchte, ja? Mit dem ausgewachsenen Elch anzulegen? Okay. Okay. Kritiker White. Go and claim your troops. Okay. Auf geht's. Wieso kriege ich jetzt nicht der Satz Egel? Wahrscheinlich... Da kommen es echt die Wölfe. Hm. Hab ich ja gesagt. Was ist das? Gerechenbar. So. Na gut, ich könnte vielleicht in echt möglich sein. dass die Wölfe mich töten wollen, weil ich ihre Beute klaue. Okay. Jetzt. Was? Wurschwein, die Frau fehlen, Mann. Krass. Hey, Sturkis. Hä? Wurschwein, ich? Oh, Mann. Hm. Jawoll. Dreh's nicht los. Hey, verpickst ihn, Mann. Wurschwein. Zerweif? Wurschwein. Okay, wir haben Angriff der Wäsche gelebt. So, und jetzt? Ja. Jetzt haben wir endlich mal unsere Trofäe hier. Aber glücklich zu sehen. Ich bin glücklich, dass Sie uns aufgetreten haben. Wir haben immer noch über hier zusammengekommen. Wir haben es gemacht. Erinnerst du, was dieses Weekend ist? Ich glaube, du wolltest mich nicht vergessen. Wie groß ist der jetzt geworden? Von Bobbyman zum Terminator Undertaker oder was? Ja, mit Schwarz. Guck mal. Komm auf. Na ja, wir trotten auf die Globe, mit einem Gefängnis. Nichts? Du denkst, dass das alles über dein Vater geht? Wenn du hierher gekommen bist, vielleicht sollte man nur nach Hause gehen. Ich bin nicht zu irgendein Where. Ich bin zu fangen. Also bis jetzt fand ich das Spiel relativ schlecht. Also mit Jahren, wie gesagt, hat nichts zu tun und so ein Mix of Call of Duty, aber ein schlechter Mix, wenn man das so bezeichnen kann, also es ist mir leid, wenn jetzt man hier aufhassen, aber naja, es sieht halt so aus, als wenn Activision ist, ja, sieht so aus. Ja, meine Meinung, also sie solltet nicht unbedingt das Spiel kaufen, du mal so nebenbei, ja. Oh, dich lieber ein anderes Spiel, wer jetzt ein Jagdspiel haben möchtet, oder in Call of Duty. Ja, da seid ihr besser dran, auch wenn es hier besser aussieht, als bei anderen Jagdspielen, wie gesagt, poste ich noch einen Link rein von dem anderen Jagdspiel, das viel, viel realistischer ist, da hat man auch GPS und verschiedene Pfeifen, wie man zum Beispiel Tiere nachahmen kann, und ja, man kann sogar die Pferden lesen, ja. Ja, das ist schon sicher nicht schlecht, das hat auch eine gute SIG-Engine, ja. Welche weiß ich jetzt gerade nicht mehr, weil ich es ewig nicht mehr gespielt habe, aber es ist schon was. Ja. Was wollt ihr eigentlich? Ich will euch gar nicht jagen. Ja, was geht denn? Leopard! Geh weg. Ok, das können wir jetzt nicht mehr gegen das Tier. So. Super. Der Stein sah aber nicht los aus, ganz ehrlich. Ah ja, piss. Ah ja, piss dich. Beißt du mir meinen Arm rein, der Drecksack? Ah ja, ich glaube. Sag mal. Geht es noch, oder was? Ja. So hoch, wie ich auch mal springen können. Schön. Ist aber wirklich möglich, also ich glaube nicht. Oh. Ich merke es schon. BAM! Das ist ein guter Schuss, oder? Ja. Ah ja. Ich weiß nicht. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Das ist ein Räckiges. Das ist ein Räckiges. Das ist ein Räckiges. Hm. Wo war ich, ne? Wo war ich, ne? Jaaowoll! Löwen! Ach du Scheiße, Mann! Oh, verdammt, ich hätte hier auch Respekt! Fuck! Die Hände, Alter! Puh! Gut, super! Let's take him out! Let's take him out! Lass uns mal hier ausschalten Ah, okay Hat zwar die untere Gegend, aber Es verzieht übel schön Ich würde nicht mal in echt so verziehen Kann man jetzt wieder her sagen, aber Finde ich das super Ist das nicht so Ja, so werde ich Würde ihn Ja, Mann! Ehe weg Ja, freu ich mich lieber mal zur Seite Anstatt mal auszuregen Prächtig auszuregen Jawohl, was ist denn die Fasser, oder was? Nein! Können Fasser Koffen! Ich schwein! König der Löwen Du bist jetzt nicht mehr Hey! Aber wie ist denn der böse Löwe? Der Onkel von ihm? Jawohl, Mann! Besser Treifen! Fiss dich! Na, was willst du, ne? Jawohl! Ich bin da Ich bin da Ich bin da Ich bin da Wenn jetzt noch ein paar Bergleben kommen Ich bin da Ich bin da Fack Ja, Mann! Was? Außer die Zeit Scheiße, Mann! Ich bin da 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 Und jetzt Wie kann ich dich Ich bin da Ich bin da Welcher Jäger Sprengt einfach so Ein Gebiet Voller Tiere Gefährlicher Tiere wohlgemerkt Einfach so rein Und Ballert so wild um sie Oh! Böden Krokodile! Haaaaah! Die Vier kann ich gar nicht leiden, ne. Ne, man. Ich bin vor allem. Vor allem. Regissiere dich. Ich kann die Kanonen hier schlafen. Zeigst du. Piss dich. Ich seh euch. Ich weiß, wo eure Mama ist. Ich hol sie mir, man. Okay. Oh oh. Ich weiß nicht, was schlimm ist. Okay, die lassen wir einfach leben. Sagen wir mal so ein bisschen quitt, okay? Shit. Oh, Mann. Noch mehr. Meine Fresse, Mann. Ich mag die gar nicht. Was ist? Was ist das, Mann? Nielpferd. Verdammt der Scheiß. Ich hatte eine Dokumentation aus letztens gesehen über Nielpferde. Und die weißen Eind nur so auseinander zerremmen. Alter, ihren... Ihren... Malzähne. Weiße Quotchen, alles auseinander. Ne. Und sowas werde ich nicht gegessen werden. Und du brauchst mich gar nicht umarmen, du fettes... ... Alter, na warte. 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 Schwartenschwinger, Junge. Hm? Schaut ab. Na warte. Nee, nee. Ich kriege die, Kerle. Ich kriege ich. Erst mich hast umdringen und dann... ...von anfahren, ja? Großen mal. Kann markieren. Ah, ja. Ich hatte es bisher eben nicht, aber jetzt auch. Da. Ein. Das ist wirklich bad feeling. Ja, okay. Alter. Alter, guckt euch die ja... ...die Zähne an. Alter, die übrigen Knochen wenige Sekunden. Na, gut. Puh. Die Pferde. Alter. Das ist krass, ey. Die beißen Alligatoren alles auseinander, ey. Die erst mal hier in der Gruppe auftreten und man reizt die. Oh. Meine Fresse. Dann steigen sie aus dem Wasser. Und dann mapfen sie dich auseinander, ey. Ach ja, und falls ich das glauben wollte. Die Pferde machen keine Art von den Menschen. Aber muss ja auch nur in der Nähe sein. Das reicht schon. Und die fühlen sich dann bedroht und dann... ...heißt es Mampftime für die in der Seite weg. Ja, und falls... Ja. Okay. Mein Fazit. Das Spiel kann man spielen, wenn man auf einem Shooter steht, der... ...ja... ...der rumdreht, auf eine Jagd zu gehen, aber... ...eigig nur fast schon wahllos Tiere abzuschießen, ja. Wem es Spaß macht, der kann spielen. Ich empfehle euch natürlich ein anderes Jägerspiel, das ich hier reinposten werde. Falls ihr wirklich einen Jagdspiel spielen wollt. Und... ...falls ihr noch ein paar Parts von dem Spiel sehen wollt, sehen wir uns im Rest. Na ja, schreibt es mir unten rein. Oder liked das Ganze, dann weiß ich, aha. Dreh wollt was Neues oder behemd mich. Und...ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in einem nächsten Let's Play, wir sehen uns alle Parts. Bis dann, euer JokeGP. Ciao.